Slow motion. Der Herstritt im Kreis, die Daumen auf und greift. Beide Hände sind gefasst. Beide fangen mit links nach links an, mit seit ran. Können wir mal machen, seit ran. Da machen beide mit links ein Chassé mit dem Viertelturn. Chassé. Mit dem rechten Fuß Schritt Vierteldrehung links, mit dem linken Fuß halbe Drehung links rum und eine Shuffle aufeinander zu und ein Rocking Chair. Rock, Step, Back, Rock. Nochmal im Ganzen. 7, 8, seit ran. Chassé, Viertel, halbe Shuffle, vor, Rock, Step, Back, Rock. Okay, einmal zeigen wir noch. Dann gehen wir ein Stück zurück, sonst laufen wir gleich wieder aus dem Bild. 7, 8, seit ran. Chassé, Viertel, halbe Shuffle, Rock, Step, Back, Rock. Der Herd macht jetzt Schritt, Schritt, Shuffle. Zweimal. Bisschen so um die Kurve, um die Dame herum. Die Dame dreht sich unter dem rechten Arm, rechts rum ins Körbchen mit Schritt, Schritt, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Schritt, 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 Shuffle. Okay, wir probieren das Ganze nochmal, ab hier oben. Wir machen von Anfang, das ist glaube ich einfacher, stehen alle am richtigen Fuß. 7, 8, seit ran. Chassé, Viertel, halbe Shuffle, Rocking Chair. Schritt, Schritt, Shuffle. Schritt, Schritt, Shuffle. Beide stehen auf dem rechten Fuß. Jetzt machen beide mit links einen Schritt nach links und eine vierte Drehung. Den rechten Fuß rannehmen und Gewicht auf den rechten Fuß. Beide machen eine Shuffle nach vorne. Shuffle. Der Mann macht jetzt Rock, Step, Coaster, Step und die Dame Step, Half Turn und eine Shuffle nach vorne. Also nochmal, der Herr macht Rock, Step, Coaster, Step und die Dame Step, Halbe, Schuffle nach vorne. 7, 8, 8, 8, 8, stop, habe ich vergessen. Mein Mann fängt schon an. Jetzt bei dem Step Turn oder Rock Step kommen die Hände hoch und nach der Drehung wird umgegriffen und sie kommen runter und dann macht der Mann hier den Coaster fest und die Dame und die Schuffle nach vorne. Und dann ist er auch schon fertig. Okay. Wir machen nochmal den... Ne, ist er noch mit? Dann kommt noch Seit, Kipp, Seit, Kipp. Warum auch immer, ist das immer vergessen. Aber ich dachte, hier habe ich dann meine Mänge für mich dran zu erinnern. Wir machen nochmal das letzte Päckchen. Wir stehen auf dem rechten Fuß und haben Schritt, Schritt, Shuffle gemacht. 7, 8, wir machen Seit, Ran, Shuffle, Step, Halbe, Schuffle nach vorne für die Dame und Rock, Step, Coaster, Step für den Herr. Seit, Tipp, Seit, Tipp. Okay, noch einmal den letzten Teil. Wir stehen auf dem rechten Fuß. 7, 8, Seit, Ran, Shuffle, Vor, Rock, Step, Coaster, Step für den Mann. Seit, Tipp, Seit, Tipp. Okay. Wir machen mal von Anfang. Wir gehen mal schön hin, dann haben wir schon viel Platz. 7, 8, Seit, Ran, Chassé, Viertel, Halbe, Shuffle, Rocking Chair, Schritt, Schritt, Shuffle, Schritt, Schritt, Shuffle, Seit, Ran, Shuffle, Vor, Step, Halbe, Wir schaffen nach vorne. 2, Tipp, Seit, Tipp. Okay. Wir machen jetzt mal drei Durchgänge. Bei der ersten und der vierten Wand lassen wir das 2, Tipp, 2, Tipp weg und machen dann quasi ein Blister. Dafür machen wir es in der fünften Wand doppelt. Okay. Wir machen mal drei Durchgänge und hängen quasi den Blister direkt mit dran. 7, 8, Seit, Ran, Chassé, Viertel, Halbe, Shuffle, Rocking Chair, Schritt, Schritt, Shuffle, Schritt, Schritt, Shuffle, Schritt, Schritt, Shuffle, Schritt, Shuffle, Schritt, Shuffle, Seit, Ran, Shuffle, Step, Halbe, Shuffle, Seit, Tipp, Seit, Tipp, Seit, Tipp. Jetzt käme die vierte, da würden wir es weglassen und nach der fünften Doppel machen. Okay. Ich mache uns mal Musik.